Sag mal, was wünscht man jetzt eigentlich Buchhandlungen? Frohsinn oder Wohlstand? Du meinst in diesem Lied viel Glück und viel Segen? Ich finde, als Buchhandlung kann man eigentlich beides gut gebrauchen. Wem willst du gratulieren? Graf, die werden 150. 150? Das schaffen wir in diesem Leben nicht mehr. Nee, aber wir können ja trotzdem gratulieren. Stimmt.